Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Punktlandung. Diesmal wieder gegen Olli. Wir haben ein 8 Meter Maßband, das wird komplett ausgezogen. Du musst es zurückschnallen lassen und bei 3,50 Meter exakt stoppen. Mal sehen, wie es läuft. Ich habe ein bisschen Angst. Ich auch. Ich bin lieber ein Stück zurück. Ich glaube... Ja, ja, ja. Und los geht's. Wir sind bei... 2,96,5. Okay. Nach unten drücken, ne? 3,50 Meter. Wer ist näher dran? Nee, es geht immer um Punktlandung. Und los. Wo bist du gelandet? 3,67 Meter. Aber der Slide war gut. Danke fürs Zuschauen.